... in die Faust im Gesicht hinterlöst. Das ist Reaktion, mein Freund. Ah, okay, Entschuldigung. Ist das nicht, wenn man Reflex hat? Ja, auch. Einfach so ein Beißreflex. Ja, ich reflektiere gerade. Mit der Faust. Wir haben nicht genug Betten für die Gefangenen. Also, wo ich das gehört habe, ne? Heute moin. So geil. Gleich notiert. Also, wir rennen strikt in den Kreis rein. Meine Frau scoutet ein bisschen. Sie nimmt auch die Flanken ins Ziel. Also, wenn wir irgendwie Sniper auf der Flanke haben, wird sie die beschäftigen, solange wir den Gegner auseinanderlegen. Eventuell müssen wir ein bisschen im Kreis warten, dass die näher ran sind, so auf 300, 400, naja, 500 Meter würde vielleicht auch noch gehen. Ja, aber lieber 400, 300 bis 400 Meter, dass unsere Medium Laser auch schön Schaden machen. Also, wir sammeln jetzt Feuer, oder? Gehen wir auf sie drauf und flanken. Bitte? Wir sammeln kurz Feuer, bevor wir dann reinpaschen. Ja, ja, klar. Die Aufstellung ist Alpha-Lanze, Bravo-Lanze, Charlie-Lanze, von links nach rechts. Vergessen den Override nicht. Ich glaube, wir sind genau andersrum getropft. Ich wollte gerade sagen, ich will nicht meckern, aber die Alpha-Lanze ist ganz rechts. Nein, dann machen wir halt Charlie-Lanze, Bravo-Lanze, Alpha-Lanze. Okay. Hier, das sieht den Pilz, da laufen wir erstmal drauf zu. Axelion Ras hier mit seinem Black Knight hochmotiviert an mir vorbei. Ich würde gerne sie ein bisschen von der Flanke attackieren. Also, so leicht versetzt. Ungefähr so wie bei der Schlacht von Isos. Ach so. Ja. Ach so war das, okay. Ja. 3-3-3. Von links oder von rechts? Das wissen wir dann, wenn meine Frau sagt, ob sie sich eher rechts oder eher links aufstellen. Ja, aber dass wir ungefähr eine Positionsangabe haben, ich sage dann, ich rufe dann um Hilfe, das ist dann ungefähr die Mitte und von da aus stürme dann. Dann wäre ich dabei, ich bin noch relativ zügig unterwegs. Ja, wir stellen schon in der Schützenlinie auf. Gönnt, Rantina. In Hotel 8 ist der Headcat. Vor, 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 zum... Also, richtig... Wo? Hotel? Hotel 8. Ja, stellt euch Richtung... sehr nahe an dem Pilz auf. Also, wir wollen wirklich... dann direkt dort rüber pushen. Die Bravo-Lance ist jetzt rechts, die Charlie-Lance wieder rechts davon. Nicht rüber peeken. Doch, der links. Nein, nein, nein. Nicht rüber peeken, nicht rüber peeken. Lasst sie kommen, lasst sie kommen. Haben wir irgendeinen mit ECM dabei? In der 7 sind sie schon. Habt ihr das gesehen gehabt? Ja. Wollen wir sagen, 600 Meter? Ja, also bleibt die Deckung. Nummer 1? Douglas Grizzly. Ja. Okay. Foxford ist 200. Auf 5 pushen wir. 1, 2, 3, 4, 5. Und los. Foxford. Für die Alpha-Lance Gusnav. Rechts Nova. Oder India. Zielwechsel auf die Madcat Charlie. Foxford, Shutdown. Werfe Strike. Next Madcat Echo. Alpha-Lance. Links steht Bravo. Gustav. Nova. Ja, ja. Nee, wir fangen rechts an. Wir fangen rechts an. Alpha. Komm, 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 Leute. Gustav ist im Rücken offen. Er ist halbiert. Guckt, dass er die LRM-Boote kriegt. Vorne nämlich Delta, das LRM-Boot. Und Alpha. Alpha ist gleichseite offen. Die Supernova. Reaktor online. Sensors online. Weapons online. Komm, 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 komm. Ähm, Juliette lernt uns von hinten. Bin an Juliette. Schatz, das ist Deins. Split down. Dann haben wir noch Bravo. Bravo, Roger. Rechte Schulter. Durch. Dann Hotel. Hotel bei. Hotel bei. Beschäftigt gerade Kilo. Bissl-Boot. Target acquired. New target acquired. Target sighted. Okay. Dann rücken wir auf Kilo vor. Ähm. Ah, nee. Kilo nach. Rechte Flanke. Nima. Mass off. Drei mal läuft. Drei mal läuft. Wir sind bei 18 Sekunden. Raus, raus, raus. Raus, 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 raus. Cameron, du musst raus. Du schaffst du nicht mehr. Ei, ei, ei. Sorry. Parsec slide. Ja. Turania, Richard. Beine. Neues. Na, aufpassen. Amkreis sammeln. Aber Romerklack. Next slide kommt. Tango. Get acquired. Schalt ihn auf, Schatz. Eyes on enemy contact. Der ist schnell. Eyes on enemy contact. Haben wir noch irgendwas anderes? Ich sehe da hinten Sierra. New target. Applied. So, wir haben schon Richtung Sierra im Leidenschaft, meine Frau allein. New target. Applied. Alle anderen sammeln sich halt am Pilz. Wir haben vier Sekunden. Wenn wir an den Pilz gehen, ist es vorbei. Yeah. Am Pilz. Boah. Hunt, alle im Beschuss. Den einen nehmen wir noch mit. Den Sierra. Wollen wir ein Spielchen spielen? Wer am nächsten am Rand steht. Da kommt, du bringst einen Arctic Cheater. Juliet 8 und ja neu in die Ecke. Jetzt auch du wählst'n, Schatz. Das sucks. Vielleicht kannst du ja noch den Airstrike von hinten setzen. Oh, den von hinten nehmen. Noch ein LRM-Orienten. Noch ein LRM-Orienten. Ha, danke. 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 New target. New target. Acquired. New target. Acquired. Nehmen wir LRMs rein. Ja, da kommt schon LRM. Auf'n Christoph natürlich. Ai, 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 ai. Gute AMS-Abwehr. Hat anscheinend gereicht. Aus der Perspektive hier. Zieht ein bisschen vor'n Christoph, dass eure AMS früher schießen. Und der Timer läuft. Achso. Spot da irgendwo. Ja, ja, dann geht rein. Da rennt die irgendwo ein Cheater rum. Victor? Linke Schulter, da sind alle raus. Alles raus, genau. Jetzt könnt ihr ihn ignorieren. Linke Flanke. Juliet, Juliet, 8. Light and Swatter. Na, schaut, dass ihr ein bisschen zusammenbleibt für die AMS-Abwehr. Der Brunner zieht dich mehr in die Mitte rein. Ich übernehme deine Position links. Okay. Zieht gern den nächsten Strike. Artillery Strike online. Field Marshal Christoph und der LM. Äh, Feuer. Ja, das ist mir eben passiert. Oh, Headshot. Mit 16 Damage. Center sofort draußen gewesen. Wir pushen über links, über India 9, India 8, wenn wir vollständig sind. Da ist eine enemy UAV. Weil da ist da der Headshot-Schütze. Rechte Flanke, Hotel 8. Wir haben einen kleinen Line. Ja, da kommt was. Schießen. Konkur, kommt, schneller, schneller bollen, schneller bollen. Wir können hier nicht so lange stehen. Das erste Ziel wird dann Golf werden. Wir pushen in 5 Sekunden. 1. Stell euch schon mal auf. Wir gehen links rum. 1, 2, 3, 4, 5. Los geht's. Golf, 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 golf. Golf, golf, golf ist down. Whisky. Whisky, Novacast. LRM-Boot. Wir fangen bei der linken Flanke an. Center torso. Whisky, center torso. Café. Next. Uniform. Down. Next, Hotel. Charlie, Charlie. Charlie, Charlie down. Next. Juliet, Juliet. Und ich brauche von Unterstützung. Ich will schaffen. Juliet, Juliet. Live auf, Juliet, Juliet. Juliet, Juliet down. Bravo, 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 bravo down. Solo, Solo. Kilo, Kilo. Solo, rechte Schulter. Haben wir noch. Kilo, rechte Schulter. Rauß aus dem Kreis. Ist noch was drin? Zeit läuft aber nett. Jetzt läuft so. Jetzt müsste es laufen. Warte. Oh, da schafft jemand, glaube ich. Oh, Assault, raus. Ne, schafft man nicht. Boah. Danke, Beck. Das ging nicht anders, ich war geleckt. Und, und, und. Warte, Hike, Hike, Hike. Ich glaube, ich habe schon mal den Startpumpen. Holy shit, ey, Leute. Ich strafaziert heute meinen Winter. Warte, Hike, Hike. Ja, und wieder in derselben Position sammeln. Warte, jetzt. Warte, jetzt. Danach, linke Flanke, Lima. Lima, Lima, down. Es können eigentlich alle lights nehmen. Oder? Ja. Die, die noch nicht down sind, können jetzt lights nehmen. Die heavy setzen sich rein und dann machen wir den Garaus mit der nächsten Wave. Wenn wir jetzt nicht weiterentwickeln. Ich bin jetzt auf der Mitte. Haben wir noch einen Kodiak? Oh, da. Kodiak. Sierra, Sierra. Sierra, Sierra. Sierra, Sierra. Center? Geht auf Center, genau. Super. Romeo, Romeo. Er ist nah genug. Romeo, hatchback. Rrrr. 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 Whisky, rechte Seite Sonst Tango und AC-2-Mech Wenn der Push hier vor dir stirbt, geht hier rein, bitte Da kommt Piranha, Whisky, der ist gefährlich Jetzt folgen uns den ganzen aufgeschossenen Mechs Sonst Tango Center Sonst Tango Center Ich hab irgendwie das Gefühl, ihr macht vorne alle fertig Was wir, nein, nie Wir haben ja auch nur zwei Hex-Hollowern auf der Meta-Metan-Aufstrecke Wir hätten noch einen X-Ray auf der Legen-Aufstrecke Oh, da kommt Crabbeck-Crabbeck raus Da war jemand so nett und hat Beta umgebracht Sonst Tango Center 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 Achtung Yankee, Piranha Bitte jetzt Wasten langsam Sonst Tango Center Da ist nur noch sechs Gegner Sonst Tango Center Sonst Tango Center Tango Center Sonst Tango Center Sonst Tango Center Berger Übungen Sonst Tango Center Sonst Tango Center Sonst Tango Center ARTILLERY STRIKE ONLINE Kann man es noch nicht beenden? Es sind doch welche vorne Neee Jetzt ist vorne Ein Marauder, eine halbierte Supernova und AC ist im Piranha Ja komm, mach Feierabend Ja, Feierabend. Freitag Schöner Push Schönes Fokusfeier War geil Kannst kaum glauben, dass ich im eher Large Laser Battlemaster mehr Damage gemacht habe, als im Laser Vomit Thunderbolt Oh, irgendjemand habe ich glaube ich erwischt zwischendrin mal Über 1000 Raketen habe ich Bei Team Damage Mit 10 Schaden Oh, ich habe 1000 Mistsets abgelöst